Rauch 50 Heißt Rauch Geld Autsch Ach hast du schon wieder drauf gekriegt? Autsch Ja ne ich schaff's grad so Mhm Aber mir ist ein riesiger Asteroid reingeflogen halt Aua Und hat ein bisschen viel beschädigt Ooooooh Ah boah ich hab meine Fracht unbeschädigt Ja und ziehen wir Das sagen sie alle Das sagen sie alle Ja So Na geil ein Schuss und die Piraten Sternenkäfer äh Sternenkrieger sind mal sind Geschichte Hm So Instandsetzung A wise choice as always Und Und Sch Nächste Plasma Kanone Oh shit No we can shoot Genau weil ich der Käpt'n bin Deswegen entscheide ich Das Deal Was wir gleich tierisch auf den Sack kriegen werden Bei dir so und so 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 erstmal auf den geh ich nach Dass er sich nicht mehr fährt So So Okay Nice shooting Captain Nein Can't wait to see how this helps us Oh Oh da kommen jetzt da Beide Die äh Zwei Schubdüsen rein Die jetzt richtig Dampf machen Und ein Doppelschütze-Kont Juhu Wirklich Wo Heim Muss ich dafür gar nicht eigentlich So Äh Zwei Ionen Kannone Und was ist das da? Und das war mal ein Doppelschützer. Ja, aus drei verschiedenen Richtungen Sternenkämpfer. Ich habe auch gerade jetzt blöden, blöden, Piraten, Sternenkämpfer. So, da noch einigen. Aber dann werde ich jetzt mal die Brüder-Sorge ausprobieren da. Das waren jetzt eher Opfergewerden. So, rauf, rauf, aufs Maul. Aber... Also, ich hätte es jetzt nicht für möglich gehalten, aber es hilft. Das ist gut. Okay. Also, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, dass das jetzt schon so gut wird. Okay. Und jetzt kommen zwei Doppelschützen, die direkt in meine Formation reinfliegen. Wie doof kann man sein? Wie doof kann man sein? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Just can't have too many Upgraders. You should try to avoid being hit. Fire at will. Oh, was ist Plasma-Räuber? Nee. Die sind harmlos. Plasma-Räuber sind harmlos. Ja, plus wie bekommst du die am besten? Äh, draufhauen. Hehehe, ja. Schön und gut. Einfach nur die ganze Zeit entspannt draufhauen. Mach ich ja nicht anders. Okay. So, jetzt wird es langsam Zeit für den Boss. Jetzt ist die Frage, von wo kommt... Von wo kommt der? Ah, von da. Das ist, warum du der Kapitän bist. Hm. So, das heißt... Ich bin vielleicht Nummer 2, aber ich streng mich mehr an. Ah, ja. Ist klar. Auch. Mhm. Gut, ich meine, wir kriegen gerade richtig auf den Keks. Aua. Okay, der Boss hat es in sich. Der Boss hat es echt in sich. Okay. Hm. Okay. Der... Der Boss ist echt fies. Ja? Die Frage... Soll ich es nochmal probieren? Huh? Oh. Try it. Try it. Ich stelle erst mal einen Vertrag. Zwei... Das... 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 Bitte... Dein... Erstellen. So. Der Boss ist... Der Boss ist echt fies. Aha. So. So. Was für Aufträge habe ich denn hier? Du hast den Job gut. Wir bringen dir Satisfaction. Und Bananas. Und Bananas. Okay. Okay. Komm. Wir nehmen die Strecke. Ach, voll schön, mir einen Batze trinken eben ein. Du 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 du. Weiß nicht, kann man für den ATS ETS irgendwie ein neue Patch raus? Weißt du da was von? Äh, nein, das ist nicht, dass ich wüs... Äh... Achso, für den ATS kommen heute in den 18 MB-Patch raus, ja. Ne, ich spreche jetzt vom... äh... Multiplayer-Bereich, nicht vom Singleplayer. Das weiß ich nicht. Aber da kam heute schon wieder ein neuer Patch? Okay. Der ist irgendwie an mir vorbeigegang. So, sparen wir mal ein bisschen. Fangen wir da mal ein Schild hin? Okay... Naja... Naja... Ich glaube, wir müssen wirklich mit der reden. This is why you're the captain. No such thing as too many cannons. Komm, hau drauf! Geht doch! Construction start! Hm? 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 Verraten Sternenkämpfer, okay. Hört sich in einer Menge Spaß an. Hm? Hm? Wann offen gestanden? Jetzt... 2 voll streckrocken. Was? 2 voll streckrocken. Genau. Das hört sich auch nach viel Spaß an. Hm? Ja, ich habe jetzt einen Vollstrecker direkt auf der Bahn. Auf der Hand. Hm? Weil dieses ganze Herumgefliege im Weltall... ...ähh... ...das macht mich irgendwie ein bisschen hungrig auf... ...Star Trek Online. Hm? Ja, ich muss dann auch ein bisschen leveln. Hm? Okay. Hm? 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 Sooo... Braucht... ...offensiver Verbesserer... Du solltest versuchen, zu vermeiden, sich zu fallen. Autsch. Boom. Na ja, gut. Ich bin zumindest mit der Spielerfracht... ...die übrigens im 1a Top- und Top-Zustand ist. Im Gegensatz zu meinem Schiff. Hier ist er gut angekommen. Mhm. Ja, ich habe noch ein paar... Ich... Ich habe noch ein paar Reuts abbekommen. Und ich tue ja die... Die Spielerfracht ja immer meistens hier in... ...hier in die Mitte meines Schiffs. Äh... Nicht nur du. Ne, ich sorge ja auch für meine Fracht. Hm? Okay. Hm? Hm? So ein bisschen... Hallo? Ich habe extra so ein bisschen gesagt, ja? Ich habe extra so ein bisschen gesagt, ja? Ja, Spielerverträge... Hm? Meine Verträge, neuen Vertrag erstellen. Und ein streng geheimer Frachter fliegt gerade an mir vorbei gleich. Hm? Opfer... Es ist grün angezeigt. Es ist ein Opfer. Hm? Das heißt, da kommt jetzt mit Sicherheit irgendwann richtig Fieses gleich noch.